Hallo, ich bin's wieder, euer Mr. Scotch. Diesmal gibt es zwei sensationelle Downloads hier an der Beamzone. Zum einen gibt es das mundgemachte Feuerwerk als SMS-Ton und zum anderen das coole Feuerwerk Wallpaper. Habt ihr selbst coole Bilder oder Videos gemacht? Dann her damit, feedback at beamzone.net. So, das war's schon wieder. Macht's gut, euer Mr. Scotch.